Hallo und willkommen zu einem neuen Funke-Raketen-Video von mir. Hier habe ich heute die Pfeif-Rakete-Kaliber B. A habe ich leider nicht bekommen. Aber die sind schön mit drei Stufen Silber-Crackern. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Sie sehen auch nicht groß eigentlich aus. Ja, mit 50 Gramm und 5 Gramm pro Rakete. Okay, dann werde ich mal welche testen. Viel Spaß. So, erste Zündung-Kaliber B. Let's go. Das ist ja mega, der Hammer. Naja, ich zünde zu einzeln. Kaliber B. Krass. Okay, jetzt kommen schon Kinder. So, was sagst du dazu? Was ist das hier für eine Rakete? Licht an. Feuer-Rakete Kiel oder was? Pfeif-Rakete-Kaliber B. Ach, Pfeif-Rakete. Gut, ein ohraltes Stück noch. Mit drei Stufen Silber-Crackern ist jetzt neu auf dem Markt. So, jetzt. Stufe 1. 1, 2 und 3. Achtung. Tja, Tatsache. Wie versprochen. Ja. Und dann tschüss, bis zum nächsten Video. 1, 2 und 3. 1, 3.